Herzlich Willkommen zu Mike of Varrox Ja und wir spielen heute mit den lieben Akitano und mit dabei ist Iriza Ist mir egal du bist jetzt in meinem Video Vergiss es! Ich muss es wieder jetzt nehmen Kannst du es dir rausschneiden? Ne sonst kriege ich einen Strike Ist doch egal du sagst du es persönlich Ja ok ich schreib mich jetzt einfach mal raus Ja gerne Kannst du aber auch was sagen Ja wenn es sein muss Wenn er mich killt hat dann zaubert ich Das wäre natürlich doof Ich werde vielleicht noch probieren ein paar Apples zu holen Dann kann ich mir ein Goldabsel holen Und nicht mal ein Mikrofon vom Tisch messen Ähm Alter der hat so gesagt Oh guck mal ich hab Schärfe 2 Diaschwert für 2 Und so Also das wäre schon wirklich dumm Der hat jetzt nur ein normales Diaschwert und so Wie sieht das aus? Wie sieht seine Rüstung aus? Keine Ahnung Vielleicht nur Eisen Bisschen traurig Wie sieht das aus? Komm jetzt hin Alter wenn er jetzt da ist Ich- Sei jetzt still Ich bin voll angespannt Alter, komm Welchen Berg? Schau doch mal, welchen Nein, wie soll es herkommen? Ich bin jetzt ungefähr so gut wie, also mit der Brustplatte bin ich so gut wie eine Dia Schutz 1 und eine Hose Schutz 1, aber bei den anderen bin ich nur so gut wie eine normale Dia, also fast das hätte ich voll Dia, komm Nee, ich habe nur zwei Folgen, ich muss nicht kämpfen, ich weiß ja noch nicht, wo er ist Ich schätze, ja, es gibt ja viele Berge, außerdem würde er glaube ich einen extremen Vorteil haben, wenn ich mich auf seinen Kampf einlasse Ja, deswegen, da hinten ist er, da ist er Er hat sich angezündet Alter Idiot Easy Easy Ja Woll Leute Ist mir egal, ist mir gerade egal Ich bin angespannt, ich bin sowas von angespannt Essen Nice Obsidian Brauche ich Jetzt ist er mega aggro wahrscheinlich Aber da ist doch Erd Und da ist Eisen Eisen, Eisen, Eisen Und wir? Das wir, die Erschwert nehme ich Eisen Nice Das habe ich auch Kannst du es nicht irgendwie wegspülen oder vergraben? Also ich brenne es gleich nieder Hat er natürlich noch ein Schwert Er hat noch eine Schaufel Und er hat noch ein Schwert Ja, er hat da noch ein Schwert Ja, er hat da noch ein Schwert Ja, ja, das verbrenne ich jetzt Alter, wie akku der jetzt sein muss Jetzt muss das etwas aufbauen Ja Ich mache es diesmal nicht mit der Lava Ah, es funktioniert Ich nehme dein Wasser immer wieder mit Yes, Leute Aber es war klar, dass sie gegen Schärfe 2 nicht ankommen Guck mal, ich habe sogar eine Diap Gags und alles Nice 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 Team Observer Nein, nein Team Observer lebt noch Aber hier, wie heißt er? Team Noel Tano ist raus Nice Wuhu Was fehlt noch? Ähm, jetzt fehlt noch das Team Gut und Böse Und Team Improvisiert Mehr Leute machen nicht mit Ja Ach, Leil Gut, seine Sachen sind auch weg Er hat hier auch irgendwo noch eine Base Aber da war jetzt ein bisschen Whetstone drin Ich glaube nicht, dass es wirklich von Nutzen wäre, wenn ich das will Ich habe jetzt auch noch Dia Sachen und alles Oh, Alter Nice Das komplette Team ist raus Der eine verreckt in der Lava Dessen Sachen habe ich Und jetzt habe ich noch die Sachen von ihm Ja, ich habe auch sieben Level Ich könnte mir jetzt Ich habe auch noch ein Dia Schwert Ja, geil Geil Ich habe 61 Lapis Mein Lapis Problem ist gewesen Rückschluss Oh ne, ich habe nur Rückschluss Scheiße War er nicht ein zweites? Das hat mich verbrannt Ja, ja Yes Nice Er hat da auch keine Dia Sonst hätte er auch ein verzaubertes Schwert gehabt Ich könnte mir auch noch ein Zaubertisch machen, falls meine irgendwann mal weggeht Ich kann mir genügend Amos machen Ja, geil Ich zitter immer noch so Ich schreibe es jetzt einfach in meinen Kampi Ich schreibe es jetzt einfach in meinen Kampi Ah, Pitano ist Raus Du hast nur einzeln geschrieben Ist mir egal Es gibt auch keine Mobs in diesem Projekt Außer Mether Also zumindest hier in dieser Welt gibt es keinen einzeln Mob Alter, bin ich angespannt Ach guck mal, ich hatte sogar noch die Dia Pickaxe von meinem Maid Ich habe 56 Gold Jetzt, 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 jetzt Jetzt brauche ich Nicht Easy, Alter Ja Ja Die Team ist bestimmt noch ein zweier, oder? Ja Ja Ja, klar Und Deiner ist drin Also Team, also das Team von ihm ist jetzt komplett raus Lol Ich gehe noch mal nicht runter, es sieht mir nach einer Falle aus Dann lass ein bisschen Wasser rüber tröpfen Nee, nee Da könnte irgendwie CNC oder so sein Auch wenn es eigentlich keinen Gunpowder gibt, aber ich bin mir nicht sicher, was die so alles bauen Also ich habe mein Ziel geschafft, als nächstes werde ich das Team gut und böse rauskicken Die sind das einzige Hindernisse noch in diesem Projekt, dann habe ich eigentlich so gut wie gewonnen Ob so aufgetan So mitaney Die sind wirklich gut in WHITSTONE, deswegen So, das ist...